Willkommen auf Reinholds Kanal, liebe Freunde. Ich wollte euch nur informieren, dass in einem laufenden Artikel Trending vom Sternmagazin jetzt im Ende Juli darauf hingewiesen wird, dass das ZDF eine neue Dokumentation gemacht hat über Christen in den USA, genannt Bibeltreue Supermacht, wo die Christen darin kritisiert werden für das, was sie glauben oder vielleicht auch praktizieren, was vom Durchschnitt Bürger natürlich gar nicht gewollt wird. Nun, ob es gerechtfertigte Kritik ist teilweise oder nicht oder vom blauen Himmel her ausgedacht, weiß ich nicht. Ich habe es selbst noch nicht gesehen, die Dokumentation, wie auch immer es sein möge. Ich wollte euch nur darüber informieren und auch darüber wollte ich euch informieren, dass der große Abfall, welcher im Thessalonicher Brief beschrieben wird, jetzt gerade passiert, wo die Menschheit vom Christentum abfällt. Auf jeden Fall wird jeder am Ende vor Gott stehen, auch die, die behaupten, Christen zu sein und werden sich vor Gott rechtfertigen müssen. Was haben wir selbst getan? Was hast du getan, um für die Wahrheit einzustehen, um das Christentum zu verteidigen, um anderen Antworten zu geben auf ihre Fragen, so wie es sich gehört und wie es erwartet wird von einem Stellvertreter des Höchsten. Und hier ist der angekündigte Artikel und sagen wir mal, du kannst nicht alles erklären oder schaffst nur ganz wenig für andere zu erklären. So geht es mir auch. Ich schaffe auch nicht alles den anderen zu erklären. Ich bin auch nur ein sterblicher Mensch, der versagt. Hier steht bei der US-Wahl 2020 sind eine mächtige Klientel. Bibeltreue Christen lehnen die Evolutionslehre ebenso ab wie Homosexualität und freizügiges Leben. ZDF Info gibt Einblick in einen fremden Kosmos. Es ist schon so gewählt, die Wörter, dass das Christliche als merkwürdig, als Freaks, als Hinterwäldler dargestellt wird. So geht es mir das ganze Leben lang, obwohl halt die andere Seite die Verblendeten sind. Und deswegen werden wir uns vor Gott rechtfertigen müssen. Er wird für uns verlangen, was hast du mit deiner Zeit und mit den Worten gemacht? Hast du andere verblendet oder hast du sie darauf hingewiesen, wie jemand nicht in den Atheismus fallen kann oder nicht in die Evolutionslügen fallen kann? Oder hast du die Videos von jemandem geteilt, wie vom Reinhold zum Beispiel, wo du Wahrheit bekommen hast und hättest sie mit jemandem geteilt, der diese nicht bekommen hat? Wenigstens die Links von Videos teilen. Und ein kleines Fitzelchen an Information kann einem anderen Menschen schon helfen, nicht in den Islamismus zu fallen oder Kommunismus, Atheismus oder Homosexualität oder die ganzen Dinge, Alkohol zum Beispiel, ein Säufer werden, ein Volltrunkenbold, der dauernd nur volltrunken ist. All diese Dinge wollen die, dass die Menschen so sind, weil das das Gegenteil von Gott ist. Und das kleine bisschen, was man tun kann, zum Beispiel Links teilen, anderen eine gute Information schicken, ist eigentlich nur Knopfdruck. Man muss nicht mal das ganze Video herstellen. Und ich schaffe es selbst nicht, alle Videos, die hergestellt werden müssten, zu machen. Das geht nicht. Ich bin auch nur ein sterblicher Mensch. Also deswegen, falls du jemandem helfen kannst, mit irgendeinem Link, zum Beispiel zu christlichen Videos, die ich es mache, dann tue es. Denn am Ende werden wir uns rechtfertigen müssen, haben wir Computer gespielt oder haben wir vernünftige Links mit anderen geteilt, die die Dinge ins richtige Licht darstellen. Das war es für das Erste. Danke und ciao. Das soll euch informieren.